Hallo und herzlich willkommen bei André Strienbacher, Pörsen-Drenau aus Karlsruhe. Es ist schon ein Weichen her, die liegt schon ein paar Tage zurück. Da gab es 20% Rabatt auf alle Nahrungsergänzungen. Und jetzt wird es wieder Zeit, diesen Samstag, Samstag, den 11.03.2017, gibt es auf alle Nahrungsergänzungen, die wir haben, und das sind viele, ganz, ganz viele, gibt es wieder die 20% Rabatt, Barrabatt, auf alle Nahrungsergänzungen von Aminosäuren über Fettburner, über Kreatine, über Proteine, über Low-Carbac-Mischungen, über All-in-One-Formulas. Alles da, 20% Rabatt, diesen Samstag, 11.03.2017, von 10 bis 14 Uhr. Bis dahin.